Wenn ich mir vorstelle, wie die Zukunft der Hochschule aussehen könnte, die Verbindung von Lehre und Studium, Forschung und Entwicklung in der zukünftigen Gesellschaft, dann glaube ich, dass Studierende nach meiner Vorstellung stärker beteiligt werden oder eine stärkere Rolle haben, dass sie auf Augenhöhe mit anderen Akteuren in der Hochschule ihre Ideen, ihre Themen einbringen für die Gesellschaft von morgen, für ihr Leben, für ihre berufliche Perspektive und diese Themen in der Lehre vielleicht einen größeren Rahmen oder Raum einnehmen und auch die Methoden und Arbeitsweisen so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen auffrischen und voranbringen, dass Lehre und Studium vielleicht ein bisschen spannender werden, als das jetzt im Moment so ist. Ich glaube, dass Studierende, wenn es Raum gibt, Freiraum zur Gestaltung in Studium und Lehre, ihre Themen, ihre Interessen und Fragestellungen reinbringen und sie leben in der Gesellschaft und bekommen, werden geprägt durch die Gesellschaft oder bringen Fragen und Problemlagen mit, greifen die auf und versuchen sie, wenn es gut läuft, vielleicht mit ihrem Studium und mit ihrem Engagement zu verknüpfen und aktiv zu werden oder gemeinsam mit anderen an Problemen zu arbeiten, an Fragestellungen zu arbeiten und damit auch Erfahrungen machen und die Frage, wie macht man das, was macht man und mit wem kann ich zusammen lernen, leben und arbeiten.